Diese Krise übersehen viele, denn ein riesiger Crash bodelt im Hintergrund und keiner bemerkt es. Und das betrifft Bitcoin, Krypto und Aktien. Und trotzdem könnten wir schon bald den größten Bullenmarkt aller Zeiten sehen. Alle Details dazu im Video und auch in was du investieren musst, um in diesem Bullenmarkt 50x oder mehr zu machen. Und wenn du wissen willst, in welche Kryptowährungen ich investiere und du an Krypto-Vorverkäufen interessiert bist und dort investieren willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Klar, wir wollen alle, dass unsere Meme-Coins, unsere KI-Kryptowährungen, die Gaming-Projekte oder auch Kryptowährungen, die das Narrativ echter Vermögenswerte bedienen, durch die Decke gehen und wir damit dann viel, viel Geld verdienen. Unser Leben komplett dadurch verändern und das natürlich auch unserer Familie. Doch sind wir mal ehrlich, wir wollen Millionen verdienen, gut zumindest wollen viele eine Million verdienen. Denn das ist die magische Zahl und ist für viele der heilige Grali. Ich kann dir aber gleich drei Dinge sagen. Erstens reicht eine Million in dieser Inflationsumgebung nicht aus. Du wirst die auch nicht dadurch erreichen, wenn du in bestimmte Kryptowährungen investierst, über die wir gleich sprechen. Und du solltest vorher unbedingt noch verstehen, worauf wir hier alle spekulieren. Wir spekulieren hier nämlich auf ein Marktmomentum, das gerade nicht mehr da ist und das es eigentlich nicht geben darf, wenn wir uns die traditionellen Märkte anschauen. Denn die sehen echt übel aus. Und das sage ich, obwohl 99% meines Geldes in Krypto steckt. Wir konnten in der Vergangenheit in den USA beispielsweise sehen, wie regionale Banken wie die Silicon Valley Bank und die First Republic Bank gescheitert sind, pleite gegangen sind und das war nicht gut. Und vor kurzem hat Jerome Powell, also der Vorsitzende der Zentralbank der USA, in einem Interview gesagt, dass kleine Banken scheitern werden, da sie komplett bankrott gehen, also pleite gehen. Und um ehrlich zu sein, hatte ich auch über dieses Thema schon öfters gesprochen. Und das musst dir jetzt bewusst sein. Hör genau zu. Auch wenn du es bereits vielleicht schon gehört haben solltest. Diese kleinen Banken sind die, die am meisten Geld bei Büroimmobilien investiert beziehungsweise Kredite vergeben haben für Gewerbeimmobilien. Und das große Problem hierbei ist, dass es seit 2020, du erinnerst dich, die Pandemie, dass seit dieser Zeit so gut wie niemand mehr ins Büro geht oder Gewerbeimmobilien wirklich nutzt. Und wir, insbesondere in den USA, einen riesigen Leerstand an Gewerbeimmobilien haben. Das heißt, keine Einnahmen für die Betreiber und auch keine Ratenzahlungen an die Bank oder nur eine geringe Ratenzahlung an die Banken. Dazu kommt, dass wir eine katastrophale Zinsumgebung haben. Kein Mensch erhält eine Gehaltserhöhung, als ich meine entsprechende Inflationsrate. Und hier rede ich nicht von der beschönigten offiziellen Inflation, sondern von der Wareninflation, die vermutlich bei 15% oder mehr liegt. Das heißt, wenn kleine Banken scheitern, dann könnten wir eine größere Immobilienkrise als 2018 sehen. Und wenn dir das noch nicht ausreicht, Amerika hat den Höhepunkt seiner Kreditkartenschulden soeben massiv übersprungen. Zusätzlich steigen die Staatsschulden in den USA exorbitant an. Und wir können auch noch sehen, dass die USA eine Krise bei den Autokrediten hat, bei den Studentenkrediten sowie bei den Anleihen. Die Zentralbank der USA hat den Banken sogar gesagt, dass sie Anleihen kaufen sollen, da die Anleihen ja richtig gute Dinge zum Investieren sind. Und jetzt sitzen die Banken auf riesigen, unrealisierten Verlusten. Und sollten sie dazu gezwungen werden, die Anleihen zu verkaufen, ist das weder gut für die Banken, noch für die Anleihen und die Kunden oder den Gesamtmarkt. Die Banken haben also das Geld der Anleger nicht. Das bedeutet, falls es zu einem großen Zusammenbruch kommen sollte, einem Crash, und ein Dominostein den nächsten zum Fallen bringt, bleibt der Zentralbank als einzige Option, große Geldmengen zu drucken. Also wie sie es schon immer gemacht haben. Und das müssen sie tun, da wir ansonsten eine gigantische wirtschaftliche Rezession weltweit erleben würden und vermutlich einen 20-jährigen Bärenmarkt. Also wie immer ist die Lösung dann Gelddrucken. Freu dich schon mal darauf, denn das führt dazu, dass das Fiat-Geld, der bedruckte Mist also, die Euros und die Dollar immer weniger und weniger wert werden. Und auf diese Situation wartet China nur, denn sie verfolgen seit Monaten eine strenge Zinspolitik, um die Immobilienblase langsam abzubauen. Und wohin wird das Geld, wenn es dazu kommen sollte, dann fließen? Also wenn sie wieder Geld drucken. Das wird dann in echte Vermögenswerte fließen und insbesondere in Bitcoin und in Krypto. Also Fakt ist, sollte das System tatsächlich zusammenbrechen und ein Domino-Effekt einsetzen, bliebe den Zentralbanken kaum eine andere Wahl, als enorme Geldmengen zu drucken, um letztlich eine jahrzehntelange Rezession und einen lang einhaltenden Bärenmarkt zu verhindern. Und die Frage, die sich viele stellen und die wir uns auch stellen sollten, ist, wie viel Geld brauchst du, um in diesem Krypto-Bullenmarkt Millionär zu werden? Dir wird vermutlich klar sein, dass wenn du nur Bitcoin hältst und nicht viel Geld hast, dass es damit nichts wird. Also, um in diesem Krypto-Bullenmarkt Millionär zu werden, ist es wichtig, die richtige Investitionsstrategie zu wählen. Persönlich gehe ich davon aus, dass wenn man in die richtigen Kryptowährungen investiert und das auch ohne viel Geld, sein Leben finanziell in diesem Krypto-Bullenmarkt drastisch verändern kann. Beginnen wir also zunächst mit Bitcoin. Wenn du ausschließlich in Bitcoin investierst, kannst du erwarten, dass sich dein Investment bis zum Höhepunkt des Bullenmarktes um das 3- vielleicht sogar bis 5-fache steigert. Das bedeutet, dass du mindestens 200.000 Dollar investieren musst, um eine Million mit Bitcoin zu erreichen. Wenn du dich jedoch für traditionelle Altcoins wie XRP, Polygon, also Matic oder Cardano entscheidest, könntest du eine Rendite von 10 bis maximal 15x, also 10 bis 15 Mal deines Einsatzes sehen. In diesem Fall ist eine Investition von mindestens 100.000 Dollar nötig, um auf eine Million zu kommen. Doch ich will ehrlich zu dir sein. 500.000 Dollar oder eine Million Dollar ist viel Geld, auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Doch wenn du ehrlich zu dir bist, dann weißt du, dass du damit keinen Honigtopf gewinnen kannst. Denn überlege dir doch einfach mal, wie viel Geld du zum Leben pro Monat brauchst. Sagen wir mal, du brauchst 2.500 Euro jeden Monat oder Dollar jeden Monat, dann sind das 30.000 im Jahr, 300.000 in 10 Jahren und auf 40 Jahre gerechnet sind das dann 1,2 Millionen. Doch du musst für dich bewerten, ob das für dich dann ausreicht. Klar, als Single ganz okay, aber wenn du eine Familie hast und vielleicht sogar noch Kinder, hinzu kommen noch Inflation, steigende Preise, immer mehr und mehr Abgaben und so weiter. Also, wer jetzt nicht versteht, dass er sich bewegen muss, um sein Leben zu verändern, soll sich einfach wieder hinlegen. Ich bekomme so viele Zuschriften, regelmäßig Zuschriften, Menschen, die mir dann schreiben, dass sie sich mein Programm nicht leisten können. Du kannst es dir nicht leisten, es nicht zu kaufen, insbesondere wenn du mit Krypto durchstarten willst. Worauf willst du noch warten, dass dir jemand das Geld in den Hintern schiebt? Ich habe vor Jahren kein Geld gehabt, um mir Essen zu kaufen. Habe danach von Hartz IV gelebt und ein paar Jahre später bin ich mit Krypto in Rente gegangen. Also hör hier auf rumzujammern. Wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auf jeden Fall auch. Fakt ist, wenn du kein Geld hast, dann liegt das in erster Linie an dir, deinen unbewussten Programmen und so weiter. Und du bist vermutlich auch kein Kind mehr. Gott nochmal, nimm dein Leben selbst in die Hand und hör auf zu jammern oder mir irgendwelche Mails zu schreiben, wie schlecht dein Leben ist. Wenn dein Leben schlecht ist, dann ändere es. Und wenn du kein Geld hast, dann musst du vielleicht mehr lernen, dir neue Fähigkeiten aneignen und vielleicht auch mehr Risiko eingehen. Dann kannst du beispielsweise auch aus 10.000 Dollar eine Million machen. Das heißt, für noch größere Gewinne musst du zunächst investieren und zwar an dich investieren. Du musst wissen, wie du vielversprechende Projekte im Kryptobereich finden kannst. Und ich erkläre dir das in meinem Programm, auch in welche Kryptos ich investiere. Du kannst auch an Pre-Sales mitteilen nehmen. Was brauchst du noch? Willst du warten, bis die Hähnchen dir an den Mund fliegen oder was? Ich will es dir nochmal verdeutlichen. Ob du bei dem Programm jetzt mitmachst oder nicht mitmachst, ändert für mich absolut nichts. Ich verdiene mein Geld durch Investitionen in Kryptowährungen und in Krypto-Vorverkäufe. Und ob du Mitglied des Programms wirst oder nicht, ist mir im Grunde genommen egal. Auch die, die sich dafür entscheiden, denen helfe ich von ganzem Herzen. Krypto hat mein Leben verändert und ich möchte vielen anderen das auch ermöglichen. Das heißt, wenn du daran interessiert bist, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Du hast nur diese Chance, diesen Bullenmarkt. Nutze die. Ob das mit mir ist oder woanders, ist egal. Aber mach es und hör auf zu jammern, wie schlecht dein Leben ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag.